Was ist das denn, Digga? Essbarer Dragon Ball? King Size nimmt zwei? Falsch! Gebeiztes Straußenei. Digga, wie das Strauß sieht, ne? Normales Ei? Straußenei. Dein Ei? Mein Ei. Kurzes Stoßgebet an die Straußengötter. Wie macht ein Strauß eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Boah! Kranker Scheiß! Oh, oh! Ah, der Hodinsack ist etwas gerissen. Hm, tricky. Oh Gott. Hier ist so ein kleines... Oh, hallo. Hola, me llamo heikel. Geh nicht kaputt. Si! Ich begrabe dich. Zwölf Tage und einmal bei zur Erneuerung später. Boah. Boah. Der absolute Hammer. Boah. Ex-Kaliburs Vater. Uh, Bruder. Kann man dieses Topping noch toppen? Alter, oh das. Tod. Ich Buri aber nicht kühlt.